Feuer, jetzt auch noch. Die Schweine! Die Erbosen verdirbten mir. Überfall. Oh oh, das sind aber mehr. Sie werden sich vom Angriff vorbereiten. Hier sind Nahkämpfer. Drei Stück. Der. Streitkolben. Okay. Ein Messer und eine Axt und ein Streitkolben. Der hat sogar einen Schutz dafür. Jetzt starten sie ihren Angriff. Das Hand in den Kamerabereich. So. Stimmt, jetzt habe ich natürlich meine geile meine geile range nicht mehr. Feuer, jetzt auch noch. Die Schweine! Die legen Feuer! Oh ne, ihr seid solche Assis. Halt. Wer von denen hat einen Range-Angriff? Du gehst hier hin. Und du hast auch einen Range-Angriff. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Die Sonne ist ja schon K.O. Die machen mich einfach platt. Ja okay, ich glaube, wir machen gleich eine neue Runde. Weil einfach alle platt gemacht werden. Ja. Mysteriöser Fremder. Taucht. Gibt es nicht Mysteriöser Fremder? Gibt Probleme? Wird er das Problem in diesem Gebiet lösen können? Wir haben ihn über der Decke lassen. Ja, nur die Frage ist, der ist halt im Arsch der Welt. Bis dahin ist das hier halt hinten abgefackelt. Dann habe ich kein Essen mehr. Und meine Tiere sind auch platt. Tutu! Oh lol, die Tiere wehren sich halt. Einen Elefanten anzugreifen ist vielleicht nicht ganz so smart, Leute. Oder? Moment, übrigens, Fremder, du solltest vielleicht erst mal in den Kampfmodus gehen und hierhin zur Verteidigung laufen. Einer von denen ist gestorben. Weil sie einen Elefanten angegriffen haben. Moment. Und der ist auch K.O. Moment, wo sind denn die anderen? Hier? Achso, hier. Tod, tot. Weil sie Elefanten angreifen. Und der ist K.O. Schweine, ey. Haben echt Feuer gelegt. Jetzt ist das Boomer Loop geschloben und explodiert. Oh Gott. Hier, das hier. Ach, come on. Ich gehe am Stock. Geht hier alles in den Berg runter. Äh, in den Bach runter. Rette Alpaka. Warum läufst du denn jetzt außen rum? Meine Fresse. Warum läuft der denn so komisch außen rum? Er muss erst mal das ganze Feuer und er hat das auch noch hin. Geil. Gut, das wollte ich eh abreißen, aber so, jetzt. Moment mal. Ich muss mir das verarschen. Patient. Oh, du hast kein... Du hast null Medizin. Herzlichen Dank. Das wird's aber nicht... Warum denn da? Aber das Vieh greift doch gerade Leute an. Jetzt sind hier Menschen, die man retten kann. Ne, tot. Aber den könnte man retten, wenn man Medizin hätte. Und den könnte man retten, wenn man Medizin hätte. Ne, geht nicht. Das Vieh müsste ich eigentlich angreifen. Tod, Lumama. Mhm. Ja. Ich würde mal ein neues, äh, Szenario anfangen. Weil April nützt mir genau nichts. Hm. Das hat er lange vorgehalten. Haben wir heute noch 20 Minuten gespielt und alles ist in den Berg runtergegangen, Alter. Ja. Ja.